Liebe Frau Christig, wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast und bevor ich diesen Gast zu Wort kommen lasse, erzähle ich aus dem Jahr 1973, da erschien ein Album mit dem Titel Eigenheiten, das in einer gewissen Form sowas wie die selbsterfüllende Prophezeiung in sich getragen hat, damals schon. Es hinkt nämlich ein österreichischer Singer, Songwriter, Liedermacher darüber, dass er nur halb so berühmt sein wolle, wie ein gewisser Mozart, dafür aber doppelt so alt. Man muss sich in dieser Situation daran erinnern, wie gesagt, selbst erfüllende Prophezeiung. Die Amerikaner sagen in so einer Situation, Mission accomplished und in dem Zusammenhang alles Gute zum Geburtstag, lieber Wolfgang Ambrose. Not yet so far. Ja, es ist ja, das weltweite Internet, das unterliegt ja keiner Uhr oder keinen Kalendertank. Ich verstehe. Wir feiern also jetzt in gewisser Weise schon deinen Geburtstag und wir danken uns. Und die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Wir bedanken uns recht herzlich, dass wir hier bei dir heute in Weidring, in Tirol, zu Besuch sein dürfen. Sehr gerne. Lieber Wolfgang, wir wissen es, 19.03.1952 geboren in Niederösterreich, im Wienerwald und heute unter anderem, wenn wir das Ganze musikalisch ja weglassen, Botschafter Tirols und Ehrenskilehrer. Das ist doch auch was. Ich meine, so viele tausende Platten verkauft, aber wer ist ja eh ein Skilehrer. Ja, da bin ich schon mehr. Ich bin zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einmal ein Wettkochen gewonnen. Da ging es um Kartoffeln. Da war ich der Kartoffelkönig. Oder auch, was weiß ich. War ich irgendwann einmal Dritter beim Einstockschießen in Tirol, Weidring. Also das war der erste Zugereiste, der hat das je aufs Stock angeschafft hat und so weiter. Also da gibt es doch endliches mehr. Es gibt ja eine gewisse nahe Beziehung zum Skisport von dir. Das weiß man. Also du hast ja auch die heimliche österreichische Nationalhymne dazu komponiert, die sich ja heute noch immer bei jedem Abris-Skifest und nicht nur dort übers Land erstreckt. Aber trotzdem, warum genau hierher nach Weidring? Es war einmal ein, ich glaube, es war ein Freitag. Ja. Da hat mich mein Freund Brokobetz angerufen und hat zu mir gesagt, komm doch noch Weidring. Das war so mittags herum. Sag ich ihm, was ist Weidring? Sagt er, das ist, du fährst hundertmal dran vorbei, wenn es nach Kitzbühn oder noch sagt, wir haben in deine bevorzugten Skigebiete fährst und du weißt das nicht. Das ist, das liegt am Weg. Dann habe ich gedacht, ach so, ja, da links ist ja doch so eine kleine Anhäufung von Häusern, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir also mich auf den Weg gemacht, damals noch sehr beschwerlich, da hat es noch keine Tunnels gegeben hierher, da muss man über sämtliche Berge drüber und so. Dann bin ich dann am Abend irgendwo eingetroffen und man hat mir gesagt, dass ich in das Freizeitzentrum kommen soll. Dort habe ich die Chance zwar getroffen, aber da war ich nicht mehr für anzufangen mit dem Mann. Und daher hat mich ein gewisser Heinz Kiebohntner, damals ein Fremdenverkehrslobmann von Weidring, und hat sich bei meiner bemüht und hat gesagt, geh mal in die Schnapsbar. Und dann bin ich in die Schnapsbar gegangen und dann bald einmal, wo ist es mir so gegangen, mit dem Jose davor. Und ich habe dann die Nacht irgendwo verbracht. Am nächsten Tag hat mich der Heinz Kiebohntner da auf das Skigebiet geführt, das damals noch nur ein Abklatsch dessen war, was es heute ist. Aber es hat mir sehr gefallen, weil ich konnte dort machen, was ich will. Ich bin irgendwo durch die Wälder getrennt und bin dann immer wieder hergekommen. Später dann sind andere Freunde noch, also mit der Reinhard und der Christian Kronowitz und so. Dann haben wir sogar einen Auftritt hier absolviert in diesem Dreizeitzentrum, das es jetzt nicht mehr gibt, sondern das stand ein Stück weit von dem Haus jetzt weg, wo wir jetzt da wohnen. Und das war früher eher die Diskothek. Die habe ich, nachdem ich das eines Abends oder späten Abends mit dem Heinz Kiebohntner beschlossen hatte, habe ich gesagt, wir bauen ein Disco im Weiteren. Und daran angebaut war eine Art Ferienwohnung. Ja, und seither steht dieses Haus da und irgendwann habe ich beschlossen, meinen Lebensmittelpunkt überhaupt noch herzuverlegen. Ich habe die Disco zugesperrt und habe ein Wohnhaus daraus gemacht. Und bin sehr froh, dass ich diesem Entschluss nachhaltig gefolgt bin. Also ich bin sehr glücklich hier. Jetzt feiern wir 50 Jahre live mit einer Tournee, mit einem Konzert in der Stadthalle. Das ist verbunden mit einem runden Geburtstag, mit so ein paar Jahrzehnte aufgelaufen sind. Naja, wenn man weiß, dass der Mozart 35 geworden ist, dann weiß man das dann auch. Aber da muss ich gleich einhaken. Ja, ihr singt es nämlich auf dem Lied, er wurde 33. Das hat der Hausnacht geschrieben, und ich habe damals nichts gewusst von Mozart. Tut mir leid, mittlerweile weiß ich, dass er 35 wurde. Wolfgang Amadeus Mozart war ein Wunderknabe. Ich bin keiner, weil ich nicht so viel Begabung habe. Aber lass uns einmal zurückwandern, nämlich ins Jahr 1971. Da waren drei Leute damit beschäftigt. Es waren natürlich mehr Leute, aber es war es du. Es war der Josy, und es war der Peter Müller, der Produzent, dem ich an dieser Stelle wirklich gerne gedenken möchte. Der ist nämlich letztes Jahr verstorben. Ja. Ein Mann, der… Ein großer Freund. Ein ganz ein großer Mann. Und da ist in einem kleinen Studio, in das Herbststoss im 16. Bezirk ist etwas entstanden. Schau, da liegt der Leiche im Rinds, als Blut drin, denke ich, ne? Hörst du, das ist makaber? Da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du denn bei den zerschnürenen Gesicht? Kann ich das nicht sehen? Ja, damals hat man ja schon so eigentlich das ganze erste Album zusammen. Da wurde der Hofer halt auserregelt von dem Demo, das ich damals gemacht habe. Und dann bis Weihnachten war das Nummer eins. Ich weiß nicht, wie viele Wochen. Dann war natürlich klar, dass wir das Album machen. Und dann ist der eine zum anderen gekommen. Ja, was soll ich sagen? Es hat sich viel ereignet in der Zeit. Was mich noch interessieren würde, ein bisschen vorher noch, vor deinem Ding, wie kam es zur Liebe zur Musik? Oder war das immer klar? Also das war mir, mit 16 war der Entschluss gefasst, es gibt für mich gar keine andere Möglichkeit. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen möchte. Ich wollte einfach auf der Bühne stehen und singen. Und später dann, wo ich im Plottengeschäft gearbeitet und dadurch auch Insider von anderen Plottenfirmen kennengelernt habe und so weiter, ist diese Möglichkeit immer näher gekommen. Aber 1972 hat es ja die ersten Spuren des Watzmanns gegeben. Ja. Habe ich gehört. Stimmt diese Geschichte, dass das bei einer Party entstanden ist, wo ihr alle irgendwie so in, sagen wir so, in ländlichen... Lustiger Schlimmung war. Genau. Ja. Ihr habt es dann alle im ländlichen Dialekt gesprochen. Naja, wir haben einen Film gesehen, im damaligen Schwarz-Weiß-Fernsehen. Einen uralten Mitschnitt eines Theaterstücks. Das hieß Erde. Und da war eben der Paul und die haben alle so gekriegt. Und wir haben uns blöd gelacht während des Ganzen. Und dann haben wir begonnen, so zu sprechen und haben dann wochenlos, monatelang nicht mehr aufgehört damit. Und schon in der ersten Nacht haben wir so rudimentär eine Geschichte entwickelt. Und der Fredi Trauchen, der war dann so klug und hat das noch schnell irgendwie so aufgeschrieben. Und damit hat man uns auch am nächsten Tag noch erinnern können. Alles sind sie lange tot, weil heute der Berg keine Eisenghaut. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg, du bist zu groß. Es gibt einen Mitschnitt, der allererst, das haben wir gemacht für das Ö3 damals, das war für die Musikbox. Das gibt es jetzt auf Schallplatte. Das habe ich, sagt man. Und dann, mit der Zeit, ist das immer größer geworden. Wir haben dann diese Platte gemacht, auch schon für die Päler von, nicht? Weil der Chef von denen, der hat gesagt, macht's so, das ist alles gut. Und dann haben wir eben dieses Rustikerl als Hörspiel aufgenommen, das Hörbild. Und da haben wir auch die Gelddollerien erfunden und eben das Ganze ein bisschen erweitert, sodass es halt so lang wurde, wie die Platte noch heute war, so vor allem die 40 Minuten. Und erst, wo wir es dann tatsächlich aufgeführt haben, das war ja erst Anfang der 80er Jahre, da wurde es dann zu dem Wahnsinnsding, was es ja heute ist. Das heißt, das war zuerst keiner als Bühnenstück geplant und gar nicht so alles? Nein, 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 das war nie gedacht, das war nur als Hörspiel gedacht. Es wurde dann einfach immer, die Nachfrage wurde immer größer. Wir haben Musik gesetzt und haben aber eine erste Fassung, Inszenierung gemacht davon. Alles noch ganz unschuldig und mit unseren Freunden haben alle mitgespült und kein einziger Profi dabei. Und das hat sich dann auch entwickelt. Also wenn man sich anschaut, wie die letzte Inszenierung war, dann weiß man, was das für einen Weg genommen hat. Ihr wolltet ja 2020 wieder auf Tour gehen damit, gell? Ja. 2020, viele Touren geplant. Es gibt sogar Pläne, dass man das heuer noch einmal macht, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Never seen ever, was weiß denn ich. Mir kann es wurscht sein, ich stehe ja nur da herum und siehe die Lieder. Aber dann gab es ja 1976 auch etwas, das hattest du mit dem Georg inszeniert, ein gewisses Carli. Nein, Musik auch. Nein, das hat der Gerd geschrieben für uns beide. Untertitel war ja heute drei, wir haben also die Geschichte des Carli, der sein Dasein nicht mehr aushält und den Weg des Suizids dann nimmt. Aber zu dem Ham dran habe ich eine super Geschichte. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark und mit 16 habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, der war Wiener. Der war so ein Sommerfrischler halt, der am Wochenende rausgekommen ist. Und das war in einem Gosthaus, was ein Musicbox gegeben hat. Und er hat dort immer gespült, ein Gulasch und ein Seidelbier. Und hat mir dann eine Wolfgang Ambros Kassette geschenkt. Und ich war natürlich sehr verliebt in den Freund und in alles Wienerische und war natürlich ab dem Zeitpunkt Wolfgang Ambros Fan. Sehr schön zu hören. Dann wollte ich mich ein bisschen einschleimen, der ist immer noch am Wochenende gekommen und unter der Woche wie fleißig gehört und geübt und wollte dann so tun, als würde ich auch schon wienerisch reden können mit ihm. Und wie wir uns dann einmal verabschiedet haben und nach dem ersten Kuss sage ich jetzt, habe ich mir gedacht, ich rede jetzt auch schon ein bisschen wienerisch und sage, du Papa, ich traue mich jetzt heim. Weil ich geglaubt habe, das heißt, man sagt in Wien, wenn man heim geht. Er hat gefragt, wer mich begleiten soll. Habe ich was falsch vor? Sicherheitshalber. Wir sind nach wie vor gut befreundet. Naja, aber ich würde jetzt froh sein, dass du es nicht wahrgemacht hast. Genau. Du hast Eigenheiten. Darum habe ich gesagt, das ist so das Album der selbsterfüllenden Prophezeiung. Hast du einen Titel, der da heißt, mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh. Ich darf jetzt Jahrzehnte später die Frage stellen, wie geht es dir heute? Ist das besser geworden? Dem Kreuz meinst du? Ja, weil das hat er ja damals offensichtlich, muss man es ja einen Grund gegeben haben, warum du es so geschrieben hast, oder war das ein Nichts? Nein, damals hat man nichts weh getan. Das war es 1973, was heißt das? Nein, da hat man nichts weh getan. Es hat mir lange nichts weh getan. Es hat mir bis 1960 eigentlich nichts weh getan. Aber dann hat es halt angefangen und dann habe ich feststellen müssen, dass ich eine vergönnete Bibelsaie habe und die halt im Laufe der Jahre halt immer schlechter geworden ist, so dass sich das auf mein ganzes Gestell halt ausgewirkt hat. Und mein ganzes Gestell ist halt ein bisschen verbaut. Das hat mich 60 Jahre nicht wirklich gestört, danach halt allerdings sehr. Bis vor zwei Jahren, da hat mich ein Spezialist für Wirbelsäulen noch einmal operiert. Und der hat es dann hingebracht, dass er mich halt so wieder aufrichtet, dass ich wenigstens halbwegs gerade stehen kann und relativ normal mich fortbewegen. Ich allerdings behindert bleiben werde. Also ich bin zu 80 Prozent körperbehindert. Aber sind Schmerzen noch da, oder? Nein, die Schmerzen sind Gott sei Dank durch diese neuerliche Operation weg. Super, sehr gut. Ja, das ist schon sehr. Was mich bei dir immer so fasziniert hat, auch zu der Zeit, wo es dir so schlecht gegangen ist. Du bist auf die Bühne gegangen, hast die Gitarre angeschlagen und das war weg. Es war fürs Publikum, also auch wenn ich da unten gestanden bin, das war weg. Verstehst du? Ja gut, ansonsten hätte ich mich ja nicht auf der Bühne stehen gebraucht. Ja, das weiß ich schon, aber trotzdem sagt man ja, wenn man was sieht und was hört, merkt man doch, dem geht es nicht so gut. Aber das war ein Wahnsinn, auch wie du da bei der Steffi gestanden bist, bei der Steffi ein Stadthallenkonzert und der Kolonowicz hat den Zentralfriedhof eingeläutet und dann hast du angefangen zum Singen, das war weg. Also dieses Gefühl, das ist für mich so der Anbrust, dass er das dann macht und dann ist es so, wie er ist. Naja, jetzt haben wir noch eine große Tournee vor mir. Also ich muss das schaffen, verstehst du? Ich kann mich nicht vor irgendwelchen Leuten hinstellen und dann sagen, oh weh, mir tut alles weh, seid zwar nicht böse, wenn ich mich versinge oder wenn ich irgendwas an Blödsinn mache. Ich bin dazu da, mein Bestes zu geben und das werde ich tun, solange ich mich auf irgendwelchen Bühnen herumtreibe und wenn ich merke, es geht sie nicht mehr aus, dann gehe ich auf keine Bühne mehr, das ist ganz sicher. Also ich war letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr auf zwei Konzerten beim Zentralfriedhof. Das war der Wucht. Beim Nachklang. Und das muss ich sagen, ich gehe wirklich ganz viel auf Konzerte und das war wirklich eines der berührendsten und großartigsten Konzerte, das ich je erlebt habe. Weil allein in dem konzertlosen Zeitraum vorher. Ja, ja. Und dann gab es auf einmal ein Konzert mit 10.000 Menschen. Ja, ja, es war ja Wahnsinn. Es war wie, wenn es in einer anderen Welt wäre. Ja, und die Kulisse. Für uns auch. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toden. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten. 2006 hast du das Album Stegraut veröffentlicht. Das ist ja auch wieder, wenn man jetzt so will, wenn man was hineingeheimnissen will, vielleicht auch wieder mit deiner Wirbelsäule, weil 2014 hast du zu mir gesagt, ich hatte ein Rückgrat wie die Streifen. Das wird ja 2006 nicht viel anders gewesen sein. Da habe ich das vielleicht schon geahnt, aber nicht wahrgenommen. Aber da ist ein Röntgenbild am Cover. Ja, aber das ist das Röntgenbild von dem Orts, den ich angerufen habe und sage, ich brauche ein ganzer grotes Kreuz. Und da hat er mir sein eigenes geschickt. Du hast auch geschrieben einmal, dass du dir Mitte der 70er Jahre alle Dillenplatten gekauft hast. Was bis dort erschienen wurde, das ist danach noch sehr viel anderes gekommen. Hast du die noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist so viel zusammengekommen in all den Jahren, dass ich das beim besten Willen nicht sagen kann. Ich habe gehofft, ich komme einmal dazu, dass ich wirklich alles sortiere und die ganzen Platten, die ich habe, das ist eine, aber solch eine Arbeit. Ich bräuchte jemanden, der ein Sortierscheneß, jemanden, der das von mir aus auch professionell macht. Ich bin bereit, etwas zu bezahlen dafür. Wir machen einen Aufruf. Ein Praktikant, Ferialpraktikant oder so. Ja, also der muss wissen, wie man das angeht. Ich möchte zum Beispiel die Schallplatten, möchte ich ja nicht noch irgendwie ein Alphabet oder sowas, sondern ich möchte noch Genre zusammenstellen. Ja, noch Genre und noch Zeiträumen. Wir leiten den Kontakt, weil wir dich beim Austro-Podcast melden. Genau. Ich gehe nochmal zurück. 1980 habt ihr so die ersten Ausarbeitungen für den Augustin gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Weil die ersten Lieder sind ja erst 96 erschienen. Auf das Spiel vom lieben Augustin. Nein, das ist nicht dasselbe. Oh, dann bitte. Lass uns hören. Na ja, das ist eine Geschichte. Der Augustin, unser Augustin, der war die dritte von diesem Trio von Hörbildern, die entstanden sind. Also der gehört auch zum Wartner und zum Schaffner Russland dazu. Also mich freut es sehr, dass ich immer wieder, also wirklich schön gepflegte MPs bekomme, wo dieses Booklet drinnen ist. Ein Booklet, das ja eigentlich ein Comics ist. Da wird diese ganze Geschichte gezeichnet. All diese Charaktere, die es da gibt, in der Geschichte werden dargestellt. Und dann steht halt, was der gerade sagt. Das kann man sich also nehmen und lesen dabei, wenn man sich das anhört. Sodass man quasi eine optische Ergänzung hat. Und das ist eine wirklich tolle Geschichte geworden. Und es wird bis heute fantasieren, irgendwelche Menschen davon, das auf die Bühne ja auch zu bringen und so weiter. Da braucht man dann wirklich was, was weiß ich, das Ronacher oder... Aber im Ronacher war ja was im 96er-Jahr. Eben dieses... Das spielte vom lieben Augustin, aber das war ganz was anderes. Das ist ein echtes Theaterstück. Und der Robert Stolz hat da eine Musik dazu gemacht. So eine Wiener Musik. Und übergeblieben ist ein einziges Lied. In Wien, da geht ein eigener Wind oder so ähnlich. Und aufgrund dessen hat sich ein Mensch, wenn man jetzt ehrlich stand, der Name auch nicht mehr einfällt, tut mir nichts. Der hat mich gefragt, ob ich da die Hauptrolle spielen möchte. Aber das war was anderes. Das war ein Theaterstück mit Musik. Das haben wir arrangiert, so dass es in seinem Sinne noch einigermaßen erkennbar war. Und ich habe halt noch ein paar weitere Stücke dazu geschrieben. Aber die Hauptsache war eben diese Hauptrolle, die ich spielen musste. unter lauter Vollprofis. Naja, und das haben wir halt gespielt, viermal die Woche. Das war so eine richtige Schauspielrolle eigentlich. Ja, ja. Drei Monate lang, ja. Ist da die Liebe zum Schauspiel irgendwie hängen geblieben? Nein. Ich war froh, dass es vorbeimachen würde. Das ist nichts für mich. Aber ich habe natürlich schon versucht, mein Bestes zu geben, in der Hinsicht. Ich habe viel Lob erfahren, also wirklich. Ja, super, dass man sowas ausprobieren kann, dann auch abseits von seinen eigenen Genres. Gab es eigentlich schon Anfragen, weil es gibt ja so viele Musicals mit, was gibt es, ein Udo Lindenberg-Musical? Aber. Aber. Aber ja, aber ja. Aber ja. Gab es da? Aber ja. Aber das war so... sagenhaft blöde Geschichten, die mir da zugetragen wurden. Das habe ich einmal überflogen und dann habe ich gesagt, das ist schon gut. Aber wann würdest du ja sagen? Da war das irgendwas mit Hirn und Herz und so, dass ich mich da irgendwie ein bisschen wiedererkenne oder nicht mich wiedererkenne, aber mir da... was vorstellen kann darunter. So wie die Abergeschichte ist genial einfach. Und dass das natürlich immer mehr Nachhinein findet, ist auch klar. Und der Udo Jürgens, der eignet sich dafür. Und wie man gesehen hat, der Reiner eignet sich dafür. Aber ich, ich glaube nicht, ich bin da nichts dafür. Aber jetzt gehen wir mal von den Gedanken des Musicals weg. Deine Schaffensperioden, die du hattest, die haben schon jede einen eigenen Charakter zugehabt. Finde ich. Du hast ja quasi auch als Teenager begonnen und hast auch Texte, die junge Menschen berühren. Du warst zwar dann schon ein bisschen älter, aber wie hört das auf? Wann hört das auf? Wie wird das weitergehen? Und so weiter. Die haben ja Menschen auch durch die Pubertät getragen, nicht wenige. Aber dann durch diese Sing-Spiele, viel später dann auch die Dillendinger. 78 habe ich den Dillen gemacht und von da weg ist es eigentlich erst richtig losgegangen. Trotzdem, es waren immer so Perioden, da waren dann die zwei Moseralben beispielsweise, die ja großartig waren. Oder Ambros symphonisch. Das sind ja alles Dinge, die ja für sich stehen. Und jedes aber trotzdem mit nichts vergleichbar war. Und da willst du, das ist ja keine Erwähnung wert. Aber ich habe ihn hier am Zettel, aber du bist mir wieder vorhanden gesprungen. Der ist ja vorher passiert. Ja, ich habe jetzt ein bisschen die Jahrzehnte durcheinander gewischt. Das ist schon richtig. Das kann schon passieren. Und wir tanzen ein Wolzer mit der Mathilde. Wir tanzen mit ihr und sie tanzt da mit dir. Du hast aber das 20. Jahrhundert beendet auch mit einem Album mit einem charakteristischen Titel, wo ich sehe, wo ich meine Wum Wum Vanilla Kamera. Das waren drei Lokale, die in Wien, die offensichtlich doch viel mit deiner Person auch zu tun hatten. Ja, sicher. Das steht dann alles in dem Buch. Ja, genau. Also ich habe die Biografie gelesen, die ist, glaube ich, 2012 erschienen, oder? Dann habe ich mir gedacht, ich war ein richtig langweiliger Teenager im Vergleich. Also ich glaube, die Zeiten waren früher wirklich wüder. Das waren sie, ja? Wahnsinn. Das war ganz klar. Das war auf der einen Seite wurde versucht, die Jugend so klein zu halten, wie nur möglich, dass halt das, was die da in Amerika und in England aufführen, dass das nur ja nicht da her schwappt. Das war natürlich ein großes Anliegen auch der Politik. Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich war so gut wie alles verboten. Also alles, was nicht ausdrücklich erlaubt war, war verboten. Und dementsprechend war es umso attraktiver, wie man zuwider gehandelt hat. Und das wiederum war gar nicht so schwer, weil man ist voll draufgekommen, dass die Exekutive, wenn man so will, so blöd ist, dass man ihr leicht entkommen konnte. Was jetzt erlaubt und was verboten war, das war jetzt gar nicht so geklärt. Ihr habt es euch auch weniger geschissen, kommt mir vor, weil ich kann mich erinnern. Ich habe überlegt, ob ich ein Auslandssemester, ob das nur zu riskant ist. Bei euch, da ist gestanden, du hast im Plattengeschäft geschlafen, kurzfristig, oder einfach, weiß ich nicht, mit dem Wohnwagen wochenlang herumgefahren. Das war cooler irgendwie. Ich bin ja nach Hause, und nach Hause schon nur mehr gefahren, was unbedingt, was gar nicht anders möglich war, weil ich wirklich nichts gefunden habe. Aber auch dann habe ich es oft bleiben müssen. Also ich wollte einfach gar nicht mehr mehr da ziehen. Und deswegen habe ich zu allem mir auch gesagt, was mich nur weggebracht hat. Und London war so und so klar, dass man dort hingeht und man die Möglichkeit hat und die Chance. Aber das war ja auch damals wahrscheinlich gar nicht so easy cheesy, so wie jetzt, dass jeden alle drei Tage ein Flieger nach London geht. Ein Flieger war ja keine Rede. Wir sind ein Auto gestoppt. Nach London? Ja. Okay. Ja. Wirklich? Na sicher. Okay. Es war ein Mangelwaren, das haben wir also kaum gehabt. Also haben wir müssen schauen, dass wir das so wenig wie möglich ausgeben und so viel wie möglich zusammenbetteln. Mit singen? Ja, später schon auch mit singen. Teilweise auch mit stehen. Es ist verjährt jetzt. Es ist alles rechts verjährt natürlich. Wer reich war, musste uns was geben. Und wenn er nicht wollte, dann reich. Aber diese Eigenschaft hast du ja Jahre später nochmal sozusagen einsetzen können. Das Betteln bei den Reichen im Zusammenhang mit dem Projekt mit der Fürstin oder Gräfin? Mit der Tiesi. Die Fürstin in Schwarzenberg. Schwarzenberg, genau. Das hat mich sehr beeindruckt, auch im Buch. Sie hat ja in diesem Dorf da oben gewohnt. Das ist in den Bergen. In Kenia. Ich bin ja da eben am Strand unten. Und wir haben uns im Flugzeug kennengelernt. Und da haben wir eben gesprochen. Und sie hat gesagt, ja, und sie war in dem Spital. Und das sollte man das anschauen. Und ob man da nicht irgendwas machen kann. Na gut, also bin ich mit dir. Ja, sie war ja damals schon komplett querschnittlich gelebt. Also sie war, sie hat trotzdem als fertiggebracht, dass sie halt ganz langsam, aber doch, mit Brücken gehen hat können. Und sogar Auto gefahren ist sie und so. Hut ab, Hut ab vor all den Menschen, die das durchmachen. Das weiß ich jetzt. Weil jedenfalls haben wir dann eben eine Reise zu diesem Spital unternommen. Und sie hat als Ärztin natürlich weich Anschluss gefunden dort. Und der Chef, also der Privat sozusagen, den haben wir dann also mal ausgefragt, was er denn bräuchte. Also letztendlich haben wir gesagt, wir bauen einen modernen OB-Trakt. Wow. Und das haben wir gemacht. Und ich habe das Geld gesammelt und sie hat das ausgeführt. Am Schluss ist es dann da gestanden. Und es war wunderschön. Und bis du durchgegangen hast, hast du gesagt, wow. Großartig. Das haben wir geschafft. Jetzt einmal, wenn ich das Ganze zum Abschluss bringen darf. Ich lese dir jetzt was vor. Du weißt wahrscheinlich, wer es geschrieben hat. Was immer auch passiert, es war noch nie zu spät, dass man zu sich selber findet und auf die Reise geht. Kennst du den Autor? Ja, natürlich. Respektiv gesehen, das war zu deinem 60. Geburtstag, hast du ein Album rausgebracht. Das hat mir ein eigenes Geburtstagslied geschrieben. Weil ich habe mir gedacht, ja, was fehlt noch? Mein Ski fahren, das ist die große Hütte geworden. Dann habe ich ein Weihnachtslied gemacht, das ist auch recht erfolgreich geworden. Und ein Geburtstagslied, das fehlt mir noch. Und das habe ich halt dann dafür getan. Aber du hast mir damals auch gesagt, das Plattenmachen ist eigentlich jetzt vorbei. Ja, es ist auch vorbei gewesen. Aber ich darf dir trotzdem jetzt auch im Namen der Susanne und... Ich habe aber noch eine Frage. Ja, ja, okay. Gerne. Sorry, dass ich da hineingekriegt bin. Ich bin immer so neugierig. Ist ja gut so. Soll es dir sein. Geht schon? Darf ich schon? Ja. Weil, jetzt haben wir über Musical geredet, ist mir noch etwas anderes eingefallen. Es war ja gerade der Klammerfilm. Im ORF. Ja. Gab es schon Anfragen oder Ideen über einen? Nein. Nein? Nein. Nein, noch keinerlei. Okay. Aber ich meine, ich glaube, ich bin nicht so wichtig, dass man da, ihr geht, einen Film macht. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, wer soll denn das sein? Da müsste ich zumindest sterben dafür. Naja, der Franz Klammer ist jetzt auch noch sehr... Ja, der ist noch sehr unrepentig, aber der ist ja kein Musiker. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, weil sich dieses, du hast ja wahnsinnig ereignisreiches und auch actiongeladenes Leben gehabt, bis jetzt, dass sich das wahrscheinlich gar nicht ausgeht in 90 Filmminuten. Beziehungsweise, man müsste ja, glaube ich, drei Stuntments für diese ganzen Action-Szenen einbauen, weil... Das würde es ja möglich machen. Wenn ich nur ganz kurz in der Regentonne, fast ertrunken, vom Wasserfall irgendwie gefallen, mit dem Auto um... Also Bungee-Jumping, also ich glaube, da müsste es ja mal einen Schauspieler finden, der sich das alles traut, diese wütenden Sachen, oder? Also Bungee-Jumping, wütend und dann den Moment halt einfach... Springen. Springen. Und dann bist du eh momentan irgendwann, bist du wieder zu dir, kommst du, dann bist du eh schon wieder und dann fährst du wieder in die Höhe. Dann möchtest du das gleich noch einmal machen. Aber trotzdem muss ich dir da jetzt ganz deutlich widersprechen. Ich meine, das ist jetzt auch sehr offen meinerseits und ich glaube, ich spreche da für viele, vielleicht weißt du gar nicht in der Intensität, was du für eine ganze Generation bedeutest, was du ihnen mitgegeben hast. Doch, doch. Nicht nur eine Generation. Mehrere. Mehrere, natürlich, ja. Es wachsen immer welche nach. Es kommen tatsächlich, ja. Bis halt jetzt diese Corona, dann war natürlich nichts, weil wir ja nicht mehr auftreten können. Aber wenn ich so durch die Gegend vor ihr gehe, wo durch die Oberpfalz oder so und da sind die Leute nicht so weit entfernt von mir, sondern die trauen sich einfach eher her. Und die erzählen mir dann, die sind, was weiß ich, die sind jetzt 25 Jahre und das ist so. Vor allem, wenn es so ein Opa hat er die Sachen geschenkt gekriegt oder nicht geschenkt, sondern hat das gehört und er möchte mir halt sagen, dass er sehr sehr groß auf ihn ist. Und da freut sich das jetzt. Das muss ich dir schon sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für alle, die da draußen jetzt zuhören und die genauso viele Menschen sind, von denen du gesprochen hast. Also nicht nur für den Hofer, sondern für alles das, was da dazwischen war, diese ganzen Lieder, wo du als Mensch so extrem berührt gewesen bist und vor allem dich auch selbst da drinnen wiedergefunden hast, als heranwachsender Mensch. Mensch, das geht bei mir bis, also wenn ich den Moser höre zum Beispiel, niemand anderer hätte das singen dürfen als du. Also ich habe ja lange Zeit... Da sind aber jetzt ein Haufen Leute sehr, sehr böse. Ja, das ist schon möglich. Das dürfen sie auch. Sie können sich auch gerne bei mir melden. Wir leben sowieso in einer Zeit, wo man gerne im Internet beschimpft. Ja, beschimpft sie mich. Aber das ist meine Meinung. Ich habe ja schon vermutet, dass der Moser vielleicht da bei dir oben auf den Bergen so lebt, so wie gemeinsam mit Jim Morrison oder so. Ja, so, ja. Das darf nur der Hambo singen. Dann darf ich das wieder mit einer Textzeile des von mir sehr geschätzten Autors beenden. Nämlich dieses Du hast Geburtstag heute und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, oh my darling, schön, dass es dich gibt. Und es ist auch schön, dass es dich gibt. Nicht nur die 70 Jahre, sondern seit einer 71 Jahre, wo du auch angefangen hast, Musik für uns zu machen. Herzlichen Dank, Wolfgang, dass wir hier sein durften. Ihr habt zu danken und ich freue mich und ihr könnt jederzeit wiederkommen. Das ist sehr lieb. Vielen herzlichen Dank. Ihr habt die Feuertaufe bestanden. Ihr seid in diesem Hause sehr willkommen. Ich habe das gehört da draußen, ja. Die ganze Welt hat das jetzt gehört. Herzlichen Dank. Danke für dich. Danke. Für dich. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017